Super Anlass, wir haben heute mega viele Kunden hier, die wir bei uns begrüssen dürfen. Also ich glaube, viel besser geht es nicht mehr. Das Rötunganlass finde ich vor allem als Branchentreffpunkt sehr wertvoll. Es ist sehr gut organisiert und für mich ein wertvoller Tag. Es ist sehr wichtig für den Settore der Küchiniere in der Schweiz. Der Spirit, der hier herrscht, färbt auch das Werk. Ich habe die vergangenen Veranstaltungen schon gesehen und wusste, es hat ein paar Aussteller mehr. Ich hatte Angst, dass es eher zu kompakt wird, aber ich bin sehr positiv überrascht. Ich finde den Anlass, der heute durchgeführt wird, ganz, ganz genial. Ja, dass Küchenproduzenten im B2B Bereich hier als Aussteller dabei sind, ist natürlich eine tolle Sache und das rundet dieses Konzept der Küchenneuheitentage absolut ab. Ich finde es grundsätzlich gut, weil ich habe jetzt gerade noch einen Hersteller ansprechen können, den ich jetzt wieder hier entdeckt habe und hat mir eigentlich etwas Positives gebracht. Die Lösung B2B ist jetzt in allen Bereichen. Ich denke, es ist eine Lösung, die in Zukunft sehr wichtig wird. Die Lokalität, die wir hier haben, ist wahnsinnig grosszügig. Die ist sensationell, es ist geräumig. Man hat sehr, sehr viel Platz, also es ist sehr gut gewählt. Es ist ein guter Ort, es ist zentral für uns. Wir sind Romain, es ist nicht zu weit. Ich finde es wirklich eine große Organisation. Wenn ich Noten vergeben muss, von 1 bis 10 wäre ich 12. Ich habe vorher meine Neuheit entdeckt und ich habe ein bisschen bei Verisette zu schauen. Ich habe gesehen, was sie für neue Systeme haben. Was sich automatisch erhöht. Für mich war es heute bei Vesco mit der neuen Vitroinduction mit der Ventilation. Das Ambiente in den letzten Tagen hier ist absolut der Hammer. Die Leute sind happy. Also das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist sicher erfüllt. Den Rest werden wir noch mit intensiven, interessanten Augen anschauen. Die Neuheit der Tage hat meine Erwartungen erfüllt. Voll und ganz, wie jedes Jahr. Meine ganzen Erwartungen sind bei weitem übertroffen eigentlich. Also meine Erwartungen sind mehr als nur erfüllt. Und ich wünsche nur Toi 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 für die nächsten vielen Jahre mit so einem Anlass. Die Leute sind mehrere Erwartungen sind nicht woanders und erfüllt. Sie sind mit den Müller nicht in Osten. Sie sind mit der gibt's Sch motoren. So kannst du dir hier noch mal auf die Erwartungen sein. Und du bist davon sagt, dass du siehst, wir gehen den Müller nicht ins Z wallen. Und du bist so auch nicht. Und du bist so schnell hier auf die Erwartungen ist, Du bist so schweren.